Willkommen mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute diesen Relax Sessel von Himmola namens 7525 Zero Stress höhenverstellbar manuell bedienbar in Leder Rustica Rustica Grey ja das ist eher so ein Schlammton also graubraun der Sessel ist drehbar und fühlt sich gut an muss ich sagen hier hat er ein paar Hebel und hier hat er einen Hebel ah schauen sie das ist die Höhenverstellung das ist eine Gasdruckfeder wie sie es vielleicht kennen von Bürostühlen so ist er mir zu niedrig so ist er mir zu hoch so ist er für mich ideal so dass die Beine auf den Boden kommen er ist drehbar und hat hier diesen Hebel für das Fußteil dieser Hebel hier ist für den Rücken die Arme gehen mit nach hinten nicht schlecht nicht schlecht also sehr bequem durch die Armauflage hat er hier auch noch ein Scharnier ja wenn ich hinten bin hat er hier noch ein Scharnier ich würde vielleicht noch ein bisschen weiter ja sehr gut sehr gut sehr bequem das Leder fühlt sich toll an ist ein Longlife Leder die Form ist Geschmackssache wie immer wir gehen mal wieder vor Zweihandbedienung eins links eins rechts hier rechts für den Rücken und hier links für das Fußteil eigentlich ganz selber gemacht kann ich damit leben passt sehr schön zu Holz die Farbe Nachteil ist relativ breit der Sessel er ist nicht elektrisch also ich kann jetzt dieses Fußteil das ist schon ein Nachteil bei dem manuellen nicht halb stehen lassen das funktioniert nicht nur ganz oder gar nicht und der Nachteil Himmola verlangt für diesen Sessel regulär in der Ausführung 1500 plus x ja eher sagen wir mal 1800, 1900 Euro in den Möbeläuser aber sonst würde ich schon sagen wer Bequemlichkeit sucht ich habe es jetzt voll raus inzwischen also man hat es schnell drauf wer Bequemlichkeit sucht und einen Relax Sessel in einer ruhigen Farbe gut zu Holz kombinierbar will oder zu braun oder zu grün dem kann ich diesen Zero Stress empfehlen ich mache jetzt ein Nickerchen Advertising dieses Stück gibt es jetzt bei profischnapp.de aus der Hausausstellung von Himmola zum Schnäppchenpreis profischnapp.de Ihr Online Outlet für Relax Sessel geben Sie oben rechts in bei Suchen 7525 ein dann kommen Sie zu diesem Sessel profischnapp.de hat seinen Sitz 50 Kilometer südlich Stuttgart mit Schaurum und hier Schnäppchenkeller Sie dürfen uns gern Freitag Samstag oder nach Terminvereinbarung besuchen würde mich sehr freuen Sie kennenzulernen Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de und tschüss